Servus Leute, hier ist wieder euer Saugraut700 und heute wieder einmal zu einer Runde Loll mit dem Rabbidkiller Hallo Und ich im Jungle, eh auf der Toplane Und dann schauen wir einmal Es gibt ja seit neuersten, gibt es ja Gibt es ja, na Was ist? Äh, fuck, Missionen So, das rausbring Also fuck, ich muss, ich muss Blue aufhangen Luki, helfen sie mir, please Plus Und, ja, ich hab noch keine Mission gemacht Du hast schon, oder? Jupp, jupp Und ich bin gerade bei der ersten, da muss ich ein Spiel Einfach irgendwas gewinnen Laut dir Ja, dann kriegt man zwei Semperle, dann kannst du immer entscheiden, jeden Tag Ja Und Schauen wir, ob wir das schaffen, gleich mein erstes Spiel Hoffentlich schaffen wir's Ich hab schon länger kein Loll mehr gespielt Das sind nicht zu viel geworden Ich darf, hopp, lenke ich Na, komm auf Und ich spiel mit Lenker, na, Spaß Das war ja die Krönung Das war ja die Krönung Das war ja die Krönung Das war überhaupt interessant, ob es funkt Das funktioniert Was? Alter, das war ja schon ein Checkknopf, wenn jetzt ne Autoethik machte, dann war es mir einer Dann hätte ich dich gekillt Na, dann war ich einfach nicht mehr gekommen auf die Topline Ich hätte das Pech gehabt, Lucke Einfach Pech gehabt So Fuck, ich hab zu früh gewordet Shit Mother Jetzt Das gibt's nicht oder? Trotz dem Ich komm grad so Ich hätt's Vielleicht nur kriegen Heute anfahren können Aber da hätte ich viel schneller sein müssen vielleicht mit flächen es schon ja schon mal gut aus schaut sehr gut aus dann warten wir hier dann machen wir die kleine krebs sie hat er drin takt überhaupt mit der spitze aussehen so akum achtung mit Da ist der Nocti. Irgendwo. Fuck! Scheiße. Wieso hilft mir die Karte nicht? Alter, wenn der Yasuo wegrennt... Na. Einfach na. Man kann schon damit rechnen, oder? Wenn der Yasuo wegrennt zu mir, dass man vielleicht nachgeht, wenn es möglich wäre. Eventuell, es wäre auch möglich gewesen. Normalerweise macht man das. Ich meine, ich habe auch nicht um Hilfe gepinkt, also. Aber jetzt, glaube ich, braucht Hilfe. Habe ich so das Gefühl. Ich habe gerade mein Fahm. Okay, hab schon. Du Scheiße! Fuck. Na! So, Knopf. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich meine, dunkler Höf. Eigentlich, eigentlich, ob er damit gerechnet, dass die Charta wecker geht, aber nass ist dann wieder eingegangen. Habe ich, was rät sie umeinander? Luki, pass auf, pass auf, pass auf, geh weg! Ich weiß schon, der Nocturne, also. Gehört nicht wieder. So, wo ist denn der Blue? ип der blubschlub blubbel blubblubb blubblubblubblubblub hol'n wir meine Acht ich komme entgegen 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 es engster 6 ist es war gut hat es war botzenmäßig oder das Bomber So, passt. Der Blue ist auch schon wieder da. Dann gehen wir zum Blue. Zum Blue G. Wie viel Damage mache ich? 480. Gut. So. Dann gehen wir weiter. Und weiter. Kommst du mit runter? Das ist ja super. Oh, mache ich Damage drin. Ach, ich bin nicht. Ach, ich bin nicht. Ich glaube, ich habe mir mehr Hult. Und dann gehen wir weiter. So, passt. Jetzt habe ich mir Hult. Und jetzt geht schon einiges. So, nice. Die Krabs hier habe ich wieder. Gekwickt. Oida. Was ist mit der Kater? Geh weg. So eine Scheiße. Nein, ich schaff es nicht mehr rechtzeitig. Das Problem war, ich denke schon. Scheiße. Die waren da. Es ist mit dem. Also, die waren. So, ich bin der Kater. Und ich bin aus der Kater. Die kommen aus, meine ich bin aus. Was ist mit dir? 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 Wir müssen ja so fokussend und kann und dann da so Tornenpanzer geht auf mich jetzt müssen sich fuhr auf rüstung bauen und leben sonst wird es nichts mehr oder bin ich der einzige level das so du bist schon level 11 bis debat scheißen schiebt und sie brauchst du hilfe beim trüden er erkennt ente die gebrauch warte pushen kraft mit ja die misskumpel er ist überhaupt weg er ist irgendwo es tut so fack dazu kommt der entgegen rennen rennen so jetzt brauche hält das das aber wie der Worte ist gerade oder Schwede wir haben früher ein Weg dort im Tor die ganz wichtig Portage normalerweise der Mensch machen er hat er ja so ist er darf so geht er nicht weg schnell 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 wir müssen wir müssen die mitlein einmal durch pushen der drück um dem mitlein wenn er hochwegs gescheit ist bei der mann bricht hier oder er pusht ob das kennt er dann natürlich auch unter den umständen so alter Nass Pass auf, pass auf Quacke So, tschütz, tschütz, tschütz Jetzt habe ich einen Movements Drinnen ist auch da Drinnen und alle sind da Alle sind da Luki, komm schnell, komm schnell, komm schnell Ja, 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 ich habe gerade Movements Jetzt geht's schnell Wait, 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 wait Jetzt kommen wir Achtung Fakt Haftfahrt Wir müssen jetzt Fokus und zwar Fullcast Nein Wir kennen es nach Wiener, aber wir müssen Fullcast in der Suche Wir haben nur Drake macht besandten Komm, ich brauche Hilfe Ja, nein, das ist Ja, nein, das ist Ja, nein, das ist Ich brauche, wir müssen Ja, nein Ja, das ist W-Wir brauchen mehr Speed Komm Ja, das ist Wir brauchen mehr Speed die reise es jetzt müssen wir warten er hat er nicht gerechnet jetzt ist er mit Puscher mit Puscher müssen ja wir wissen nicht Puscher die Becker bis zu finden Busch der es mit die Berndung dort weiter jungs der trink und danach trinkumt dacke jetzt so und jetzt schnitt schnitt was mit der lutz worte was nicht ich dann da an kommen jetzt nicht so gut aus für uns märkte sie ist die kümmern wir um die toplen mit leidung gemütlich ich komm schon komm schon komm schon komm schon, komm schon, komm schon komm, komm schon, komm schon wo wird es so? Nein, wir geben nicht auf ein todvolles Uhr nur ja so fokussen alter Lucke 1,18 mir wird ein da geflattert ja weiter, wosies mit demis fuck Komm Komm Haben wir noch Nein So warten bis er wieder aufgebaut wird Korki Korki Den Fokus war den Wichser Mitlein 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 Luki Wenns jetzt verregst Luki Komm Schnau Komm entgegen Kornet Super Bar Fakt Descompletten Schnau Scheisse verdammte Schnau Ja Wie ist der nicht entkommen sicher kommen super scheiß kater wo steht schreibt schreibt schnell ins chat dann oder das ist unglaublich ja leider nicht so gut das mädchen aber ihr hofft es hat sich trotzdem vielleicht vor Don Loser Lektar aber nicht zu uns und Schell das gar nicht Spiegel mehr verpasst und sehen uns das nächste Mal Schüls 2 3 4 5 5 6 Bis zum nächsten Mal.